Ich erlaute, aber es gibt einfach kein mögliches Gesetz, sondern es gibt eine Füllung, dass man sich erst ab 16 Liter Kanten herhalten darf. Ob Österreich dazu befehlt, weiß ich gar nicht, dass es in Österreich und Schweiz ist, ich glaube, da gibt es auch wieder andere Vorschlüsse. Deswegen möchte ich es Ihnen nicht zu äußern, dass das Erkrankungspreise zu sich ist, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass es in Deutschland ein mögliches Gesetz ist, dass man sich erst ab 16 Liter Kanten herhalten darf, dass es keine Rüsten gibt, überhaupt keine Rüsten, dass man in seiner Frage zeigt, weil es keine Rüsten an der Rüsten der Hand hat, in der Rüsten der Hand hat, in der Rüsten der Rüste, in der Rüste, in der Rüste. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir müssen uns einfach mal so in der Rüste, die Rüste angeboten werden. Wir müssen uns einfach mal so auf die Rüste anbauen.